Moin! Jo, folgendes Problem. Irgendwie hat er beim letzten Mal nicht richtig abgespeichert. Erstmal herzlich willkommen an alle, die mal wieder eingeschaltet haben. Jo. Er hat beim letzten Mal nicht richtig abgespeichert, oder ich vielmehr. Ja, jetzt dürfen wir alles nochmal machen. Jetzt habe ich aber von vornherein andere Maschinen genommen. Und dann quasi einmal alles verkauft. Und... Jo. Ja, nun müssen wir leider nochmal mähen, nochmal dröschen. Alles Mist. Na gut. Aber wir lassen uns ja von nichts unterkriegen. Machen wir das Ganze nochmal, ne? Das können wir ja gut. Sag mal Jung, das ist nicht dein Ernst jetzt hier. So, fahren wir durch. Sehr gut. Und nochmal. Ja. Oh, nun hat er Pech gehabt. Nun hat er ein kaputtes Auto. Ja. Wir haben jetzt hier diesen Fend. Den Case habe ich weg gleich. Und... Ja. Der ganze Spielstand komplett weg. Und... Ja. Da muss man nochmal neu anfangen. Na gut. Wir hatten ja noch nicht so viel gemacht. Also, das kann man leicht aufholen. Das werde ich dann heute Nacht noch... Äh, heute Abend nochmal aufholen. Und... Deswegen jetzt nur einmal kurz ein kleines Video. Ja. Das dazu. Aber hört euch mal bitte diesen Sound an. Vom Träger. Das geht gar nicht. Wahnsinn. Also, falls ihn jemand haben möchte. Ich meine... Mod Hors da. Kann man mal ranzoomen. Fendt 828. Muss ich mal eingeben bei Google. Ich meine beim Mod Hors da war das. Oder LS Portal. Jo. Geile Maschine, ey. Echt geil. Gehen wir einmal Kabinenansicht. Hört euch das mal an, ey. Sonst dreht man lauter. Hammer. Hammer. Hammer Maschine. Ja, mein Helfer hier. Ja. Und da haben wir uns den Fendt Medwaschammer gegönnt. Also, da war eigentlich... Ich hab den Rosselmarsch weggegeben. Und dafür den Fendt. Also, das passe. Ja. Und da hab ich nochmal so ein paar Maschinen getauscht. Muss auch noch einen kleinen Kredit aufnehmen. Und ich hab gedacht... Dann haben wir ein bisschen... Bisschen... Maschinen. Das finde ich ganz mit kleinen Maschinen anfangen. Da haben wir erstmal lange was von. Ja, da haben wir den 900er Fendt noch. Favoriter... Ne, Favorit... Vario... Ne, Vario ist das auch nicht. Nein, den 900er auf jeden Fall noch. Jo. Und ich glaube, dann sind wir ganz gut aufgestellt. Hier den Radlader. Wo. Ich glaub, das reicht dann auch. Hört ihr das, wenn der Turbolader abschaltet? Hammer, ey. Zischt da richtig einmal auf. Boah, krass. Echt krass. Ja, Mewerk haben wir hinten mal ein anderes genommen. Bei diesen kleineren Ecken hier. Ist, glaub ich, besser dann. Ein bisschen wendiger, kann ein bisschen schneller durch die Gegend. Ich glaub, das passt besser. Jo. Ist das ein Sound, ey. Wahnsinn. Ja, so bringt Fanfahren dann auch mal Spaß. Ich bin ja eher so der John-Dare-Typ. Aber das, das ist schon... schon heftig. Ist das. Es ist also ein Ding! Aber man muss schön sagen! Ich kaufe den���lohn! So, laufen wir mal kurz zum Randlader, dann nimmt die Löwe Ecke hier auch noch mit. Ja, hier hatte ich vorhin das Schneidwerk hintergebaut. Was hat der Helfer denn nur gemacht? Ja, den habe ich mir hier vom Lohnunternehmer geliehen, den Helfer. Was hat er denn hier gemacht? Hat er ein Stück Gehexe, warum macht er das denn? Na gut. So, und werden wir den gleich nochmal abtanken. Dann kriegt er auf jeden Fall alles ab. Ja, da sollen nur die Koppel hier abdröschen, sondern Mähdrescher alles stehen lassen. So, hatten wir uns geeinigt. Ja, das ist er. Ja, hier der Händler, der ist ja so ein bisschen auf Fett. Ja, machen wir mal mit dem Fett, ne? Man muss ja auch mal andere Trecker nehmen. Man kann ja nicht immer nur John Deere nehmen. Ja, da habe ich gedacht, da gibt es mal einen Fett. Ja, wenn ihr den Mähdrescher haben wollt, gibt es einen Modfab, ne? Aber den kennt ihr ja eigentlich alle. Den gibt es ja schon ewig. Das war ja einer mit von den ersten. So, und Lüppenschluck geht dann noch rauf. Fangen wir erstmal wieder nach oben und mähen wir die Lüppenschläge noch ab. Ja, das ärgert mich richtig. Zwei Stunden hatte ich hier auf der Karte schon, oder zweieinhalb, alles weg. Tja. Der hatte noch den ersten Speicherstand und der andere Speicherstand war weg. Ja, das ist ärgerlich. Na gut. Schlimmer wäre gewesen, wir hätten hier schon 100 Stunden gespielt. Futter und alles, schon Tiere gehabt. So war das ja dann nicht ganz so schlimm. So. Aber Leute, gebt euch das nochmal. Warte mal, ich mach mal einmal den... Das ist echt hart. Mit. Straßenschild. Das ist echt hart. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Tja, liebe Leute, sind wir ja leider wieder am Mähen, aber wird's ja nun nix. Dann wird's morgen auf jeden Fall, äh, dann wohl in Schwaden gehen und dann werden wir Silage fahren. Dass ihr schon mal Bescheid wisst. Also es wird wohl morgen ziemlich früh losgehen. Also Leute, wenn ihr mit dabei sein wollt, früh aufstehen. Ja, ich werde heute Abend auf jeden Fall nochmal ein bisschen nacharbeiten, dass wir wieder auf dem gleichen Stand sind. Vielleicht werde ich auch schon ein, zwei Koppeln in Schwaden, dass wir dann erstmal anfangen können mit Silage. Und dann, ja, starten wir mal voll durch, würde ich sagen. Auf jeden Fall werde ich heute Abend noch alle Koppeln mähen, dass wir auch einen guten Haufen zusammen kriegen. Ja, wie gesagt, eine Koppel lassen wir uns noch, ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen Heu machen, ne? Ja. Gut, liebe Leute, ich werde dann noch ein bisschen weiter mähen und, nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, morgen, ne? Also wenn ihr dabei sein wollt, denn... Scheidet morgen früh ein, ne? Alles klar. Denn bis morgen oder die Tage. Lass ein Like da und schönen Abend noch. Tschüss. 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 G timing. undert. 월.